Willkommen zurück, liebe Leute, willkommen zurück zu Ocarina of Time! Nicht Master Quest, nichts Besonderes, nur Ocarina of Time. Nur Ocarina of Time, aber nur Ocarina of Time ist sehr besonders, denn ich liebe die noch viel. Auch wenn ich unglaublich schlecht bin. Jetzt krieg ich Nüsse. Oh mein Gott, ich hab Nüsse! Ich hab einen Stapel bekommen, jetzt hab ich Nüsse. Die Dekolus. Im Gegensatz mit mir kannst du sie mit... Oder... Ja, bla. Den wichtigen Text hab ich natürlich gescriptet, so muss das. Mal schauen, ob ich alles so hinkriege, wie ich's möchte. So, jetzt machen wir erstmal das hier fertig. Ich möchte noch ein paar Nüsse haben. Und nein, ich werde versuchen, so gut wie möglich, alle Glitches, die mir beigebracht wurden, zu sparen. Aber manchmal hab ich das Verlangen dazu und dann natürlich werde ich alles normal machen, im Endeffekt. Aber nein, ich werde mich nicht verleiten lassen. Ich werde stark sein. Ja, ich möchte einfach nicht so gerade hochklettern, einfach runter skippen. Nein, bloß nicht. Hier, diese Wand, vielleicht kannst du ja an den Platz nachklettern. Nee, geht nicht. Ich sag das vielleicht, aber geht nicht. Hallo? Dankeschön. Ah, öffne sie. Mein Gott, was könnte das denn nur sein für eine Karte? Das ist doch irgendwas doch tolles, Mann. Karte! Genau, die Labyrinth-Karte. Mit der sehen wir halt alles, was passiert, wo wir sind. Da unten ist jetzt, unten rechts. Ich bin schon wieder gegen das Mikro gekommen. Nee, voll idiot. Ich komme immer gegen das Mikro, wenn ich mir ins Auge fassen muss. Weil meine Augen tränen. Vor, vor. Kinderzerinnung. Um eine Tür zu öffnen, stelle dich genauer davor und drücke A. Achte auf das blaue Aktionssymbol. Es befindet sich am oberen Bildrand. Okay. Oh mein Gott. Boss Time! Döp 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 döp. Ha ha! Vergebung her. Lässt du mich gehen, wenn ich dir ingehalbensopft drohe? Oh, Springst du aus großer Behel und drückt es mal bei der Landung. Oh, eh. Na vorne röstet dich ab und hältst du den LaufJR. Allerdings, kann ich nicht garantieren, dass dies aussieht bei jeder AdlersZuch. Okay. Probier es einfach aus. Oh, ah meinen Herz! Danke, dass du... Oh, ist alles so ein Schwiees. Ist so ein Cutie! Ich mag ihn! Volles Patisant! Oh mein Gott, ich könnte da rüberspringen. Nööööööö! Nimm den Isi-Ruby, ne? Ich bin Rupy-N geil. Rupy-N? I didn't work for yourAY! Rupies! So. Gut. Wie geht's dir? Hast du alles? Die Feenschleuder! Warum Feenschleuder das ist ja der fucking normale Schleuder, die jemanden in der Natur hat? Meine Bitte! AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Ich kann den Text auch nicht schneller wegskreppen. Essen ist Schleuder, man bedient, man zieht. zählt und schießt man kann gucken, da ok, das ist ein richtiger den möchte ich mal haben und normal müsste man jetzt die Leitung unterschießen aber da ich ja so neppbar und die Plattformen da gelassen habe können wir das auch mal einfach entsparen dieser eine Kugelschuss eine eine Positionsschuss ach ja nein, dieser Run ist kein 100% Run das wird einfach nur bist du, bist du, bist du N-Bot-Dokkid ich wollte schon spoilern ich wollte schon spoilern wer da N-Boss ist ach ja eh aber, aber es kann ja nur einer sein also, der Zora König ist schon echt ein Arsch muss man sagen oh, drei Rubine das ist aber nett oh, hallo, oh, oh, das sah natürlich gerade sehr merkwürdig aus hallo ich bin dabei in der Kiste ok gehen wir mal hier hoch wir glatten hier hoch wir glatten hier hoch und danach glatten wir hinunter nein, das tun wir nicht wir gehen hoch wie ein dummes Fischgesicht oh yeah, oh man, oh toll oh krass da werden mir die Hose nass oh 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 herab ich bin mein Gott hat mich verarscht hat mich verarscht hat mich verarscht oder döh bittsch hat mir ernsthaft hat mir ernsthaft noch so schade reingeflücht wie ist na gut Äh Hey 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 Was tut er, warum hat das nicht funktioniert? Ich hätte doch ein bisschen weiter nach vorne drücken sollen, glaube ich Diesen Fehler mache ich immer Ach ja Dann müssen wir halt nochmal hochklettern Was soll's Man fragen sich warum alle eigentlich Navi hassen Wir haben hey 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 Man hat es gerade gesehen Wenn so was passiert Kann man sie eigentlich nur hassen Oh mein Gott Oh die Gruppe hatte Äh Äh Danke fürs Nachwachsen Heilige Ma Okay das ging schnell Moment Oh Okay Oh Okay jetzt kommt mal eine Rubin сос Todo Oooo Sitzel Jetzt komme ich noch eine Rubin taxe nach rechts das kann auch nicht anders sein so sind wir wieder oben springen wir runter, jetzt gehen wir hier rüber jetzt springen wir einfach hallo das war natürlich die falsche richtung aber es sah cool aus hat zwar nichts gebracht, ein Vorteil für mich nicht, aber es sah cool aus muss ich schon sagen, es sah aber cool aus und da hinten ist einer dieser wunderschön tollen Skull Titulers hallo dieser wird wiederum nicht zu schlitz, ok, dann schießen wir sie halt ab, komm holen sie uns entweder so geht nicht dann kommt der gleich nochmal hoch hier rüber und jump rüber du hast eine goldene Skulltura also du hast dafür als Skulltura Symbol naja, vorher können wir 100 Stück sammeln jetzt gibt es einen kleinen Trick da kann man sich natürlich mit einer alle holen aber das wollen wir nicht ok na gut äh ja und die werde ich auch nicht alle sammeln das sag ich gleich weil das einfach ätzend langweilig ist alles zusammen ich werde zu viele sammeln wo ich was sehe und wo ich Lust habe aber nicht extra alle suchen ich habe nur drei Sticks alter ich fühle mich gerade ein bisschen unendlich ich habe nicht meinen Stickfilter weg packen Dankeschön oh ich habe ihn noch gerettet oh der wurde gerade ab nicht auflösen oh geil oh bin ich gut oh bin ich geil oh bin ich beste oh bin ich geil oh Baby oh Baby oh Baby yeah Nein ich erwischt na 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 toll das ist so ätzend diesen Spastika zu erwischen Dankeschön wer geht mir her ich werde es nicht wieder tun lass mich frei und ich gebe ein Geheimnispreis nie wirst du meine Brüder bezwingen wenn du sie nicht in richtiger Reihenfolge besiegst merke dir zwei drei eins rechts vorlegen aber die goldene Mitte geht vor also ich fange mit rechts an dann mit links und dann mit links und dann mit links und dann mit links und dann mit links richtig das hier wir können es ja ausprobieren ist ja nicht so schlimm ist ja nicht so dass wir wie bei Master Quest raten müssen ha 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 äh... meine Freund ah dieser wundervolle schöne Raum findest du dich im Wasser? Kannst tauchen ach ne wette du findest etwas Interessantes ne niemals niemals kann ich jetzt durch Zufall die Schalte aktivieren und dann Wasser ablassen und wieder hochschwimmen komm zurück schneller hey cool, ich hab's geschafft ok, das funktioniert nicht ich fand nicht schnell genug, ok merke merke dir, stell dich einfach nur irgendwo hin und du wirst geprügelt was der fack war das mit der Spinne gerade na wie na wie halt nicht aus ey ja, wir wissen, dass ich einen Steinblock ziehen oder schieben kann ich weiß nur nicht wie ich ihn ziehe, weil ich einfach keinen Griff habe aber ich tu's trotzdem mit meinen magnetischen Stein-Zieh-Fingern ja ne 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 Meine Hüte. So, ich bin zum Beispiel. Wie hat der mich jetzt noch... Hä? Unmöglich, dass der mich noch getroffen hat. Oh, noch ein Stick. Dankeschön. Vier Sticks sind immer besser als einer. Oder drei. Den habe ich zwar nicht getroffen. Ah, aber ich habe ihn getroffen. In der Schule. Oh, die wachsen nach. Ich fahre jetzt gleich mal ein bisschen ins Dickus. Ich fahre ein paar Dicks. Äh, Chainsaw immer besser als nur... ...Sieben. Komm, wach nach. Wach nach. Wach nach. Wach doch nach. Oh, ein Rubin. Oh, kein Rubin. Ähm, ja. Wieso habe ich jetzt A gedrückt? Ich bin doch dämlich. Ich bin doch dumm. Komm, noch einen, noch einen, noch einen. Schnell, schnell, schnell. Wir haben nicht viel Zeit. Da ist es schon. Zack. Und nehmen wir mit. Und gehen wir weiter. Und wir beiden. Ah, ihr seid jetzt auch noch gewachsen. Das wäre ja geil. Das wäre ein bisschen ein Herz. Dankeschön. Und ein Rubin. Dankeschön. Widerst du mir einfach alles schenkt, was ich möchte, ne? Das ist super. An sich kann ich mich gar nicht erinnern. An dieses Skulls kann ich mich wirklich nicht erinnern. Böse. Oh, sie wäre auch noch einer gewesen. Okay, na gut. Gut. Und er ist verbrannt. Natürlich. Natürlich, was sollte denn auch anderes passieren? Neun reichen schon. Fuck off. Tschüss. Ah, der Raum. Hat auch Raum. Raum, der mich als Kind die Arie lang abgefuckt hat. Also, Stelle. Was ist denn eigentlich die Nussbabas? Also, die. Die, die die Nüsse geben. So viel krasser als die anderen. Vor allem, sie machen mir Schaden. Halt auf. Töne mir doch nicht weh. Ich würde sagen, wir machen hier ein Folgenpäuschen. Und, äh, seht ihr uns? Nach dem Genarm. Beim nächsten Mal wieder. Wenn das heißt. Babas Schlitzen und, äh, Dekos, Nüsse und Stöcke und, höh, höh, link. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.